Herzlich willkommen zum Unboxing vom neuen Signia in SIO AX Charge & Go. Mein Name ist Melanie Freitag und wir schauen uns heute zusammen das neue Gerät an. Es wird in einem komfortablen Karton geliefert. Wenn wir es mal öffnen, sehen wir im vorderen Bereich die individuell angefertigten IMO-Geräte und im hinteren Bereich die Aufbewahrungsbox. Unsere in SIO Charge & Go sind die ersten individuellen Hörsysteme, die man auch über Akku aufladen kann. Und aus diesem Grund hat die Box drei Funktionen. Erste Funktion, ich kann meine Geräte drin aufbewahren. Zweite Funktion, ich kann meine Geräte hier drin ganz einfach aufladen. Und die dritte Funktion, während des Laden werden die Geräte auch gleichzeitig getrocknet. Wenn wir uns die Geräte näher anschauen, sehen wir die individuelle Form, die direkt an ihr Ohr angepasst wird. Wir haben im vorderen Bereich auch die Möglichkeit über einen Taster verschiedene Programme auszuwählen. Das in SIO Charge & Go AX der Firma Signia wird vom Hörgeräteakustiker mit einer speziellen Anpasssoftware ganz individuell auf ihr Hörvermögen eingestellt. Das Besondere an in SIO ist, dass es über Akkutechnologie betrieben wird, was Sie ganz einfach in die Charge laden können. Und das Zweite ist, dass Sie das in SIO mit Ihrem Smartphone verbinden können. Sie können ganz normal telefonieren, Sie können Musik hören über die Hörsysteme oder einfach mal einen Podcast hören. Innen drin verbirgt sich die AX-Technologie. Das bedeutet, dass erstmalig die Eingangssignale über zwei Prozessoren verarbeitet werden. Das heißt für Sie, Geräusche werden aufgenommen, kontrolliert, minimiert, klingen trotzdem noch ganz natürlich. Und im zweiten Prozessor wird die Sprache aufgenommen, für Sie kontrolliert und für jede Situation bestens verstärkt. Jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie unauffällig das im Gehörgang wirken kann. Ich habe hier ein in SIO ganz individuell an mein Ohr angepasst. Sie nehmen das Gerät einfach aus der Ladestation heraus, am besten zwischen Daumen und Zeigefinger, und führen es zum Ohr. Durch die individuell angefertigte Passform schmiegt es sich direkt an den Gehörgang an und erzeugt einen angenehmen Tragekomfort. Die Größe von dem im SIO ist ungefähr so, wie wenn Sie Ihren Zeigefinger aufs Ohr legen. Das Schöne und das Besondere ist, wir können das Gerät über Angeln laden und Sie können sich mit Ihrem Smartphone verbinden. Auch Sie können ein maßgefertigtes in SIO mit nach Hause nehmen zum Probe tragen. Es dort ausprobieren, in Ihren gewohnten Umgebungen, in Ihrer Familie, im Beruf oder einfach mal zum Konzert. Das war das Unboxing. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Mein Name ist Melanie Freitag und wenn Sie mehr über Hörgeräte wissen möchten, dann klicken Sie einfach hier.